So, hallo Leute und herzlich willkommen zur, jetzt wirklich wahrscheinlich letzten Folge von Thomas Was Alone. Ich zeige das immer so komisch. Thomas Was Alone. Thomas Was Alone. Irgendwie komisch. Aber egal. Wir müssen uns jetzt hier einen Weg herausrätseln. Diesmal sind relativ wenige Sachen vorgegeben, beziehungsweise gar keine. Wir müssen jetzt die Möglichkeit überlegen, uns durch diese Welt hier durchzufinden. So. Ups. Das war nicht so schlau. Die Frage ist, wie ich am Ende die ganzen anderen da rüberkriegen soll. So. Achso, ich muss nur Thomas und den anderen so hierher bringen. Und dann die anderen. Wohin? Okay, das war auch schnapp. Äußerst schnapp. So. Noch ihn hier. Was der hier auch noch... So. Natürlich. Schnapp. So. Geschafft. Zwei wären weg. Drei bleiben übrig. Nein. Zwei sind weg. Zwei bleiben übrig. Eher so. Erstens sollten wir vielleicht gucken, wie wir jetzt hier überhaupt... Achso, wir müssen in Sino hier hochbringen. Das geht aber, glaube ich, ein Frauen. Das war, indem wir ihr... ...ir die Kraft geben. Nein. Okay. Jetzt nicht. Well, äh... Nicht, oder? Ist das nicht euer Ernst? Wir brauchen ihn nochmal. Und zwar nur als Leiter. Also ist... Ist das nur das... Oh. The do? The do? We? We? Oh. Oh. Hmm? Oh. 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 Hmm. So, müssen wir möglicherweise bloß noch rausfügen, wie wir den Langen darüber kriegen. Wahrscheinlich so ähnlich. Ach so, hoffe mal schon. Natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen zuerst ihn hier hier oder eben sie hier als Rampe und ihn dann logischerweise als Doppelsprung. Fragt mich, wie viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten es an der Stelle jetzt gibt. Das wäre gut zu wissen. Oder interessant eben. Ja, sieht schon mal gut aus. Dann können wir nämlich den erstmal zur Seite schieben, müssen jetzt mit den beiden erstmal den Weg hier hochbahnen. Also brauchen wir die anderen auch noch. Ach ja. Wie schön. Also die ersten 5 Minuten waren eigentlich komplett für nichts. Ah, nein. Ich brauche ja... Das, um so machen zu können. So. Und dann so. Und ein letztes Mal. Und jetzt müssen wir zuerst ihn hier einlochen. Endlich. hoffentlich. Dann sie. Dieser sie werden wir eh nochmal brauchen. Hoffentlich schmeißt ihn da jetzt nicht noch runter. Das wäre jetzt wirklich eine sehr unschöne Angelegenheit. Ja, ich brauche eh noch einen mit Wasser. Wir brauchen da drüben jetzt den kleinen hier mit dem Doppelsprung. Sie wieder als Kissen. Kissen. Eigentlich brauchen wir die beiden mit dem Doppelsprung, weil mit denen müssen wir uns bewegen. Die eine muss hier noch das Boot machen. Dann können wir den blauen als Boot nehmen. Und dann... Passt das. Dann sollte das so weit funktionieren. Äh. Ne. Nicht so. So geht das. Ich hoffe, wir sind mit dem hier ganz gelassen hier hoch. So. Dann brauchen wir den hier gar nicht. Warte. Ja doch. Oh ne. Doch nochmal. Hier als Rampe. Nicht? Sag mich bitte nicht. Wir müssen sie nochmal als Rampe bis da ganz da hoch schleifen. Ich hoffe, dieses Level ist nur jetzt auf ausgelegt, den Spieler auf hinten richtig schön zu nerven. Wenn wir sie als Rampe benutzen. Wenn wir sie als Rampe benutzen. So. Und dann können wir das machen. Und dann gehen wir hier. Endlich. Es geht. Es geht. Die hier. Nein, jetzt brauchen wir ihn nochmal hier. Da drüben. Und sie auch. Sonst schafft sie es ja nicht da hoch. So. Richtig? Verschulden. Ja, das ist richtig. Ah. Sehr schön. Ups. Okay. Wir brauchen doch beide so. Nebenzustand. Okay. Ich mache an der Stelle erstmal einen Cut. Ich brauche jetzt mal ganz kurz in der Pause um meine Hände schlafen. Nein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. wahr.